Meine Damen und Herren, zu dieser Folge, oder Video, ich habe dieses Paket hier. Ihr denkt euch, es ist eine große Stadt, Dobi. Zeig ich euch jetzt. Erstmal muss ich eine Schere holen. So. Und wir packen das direkt auf. Kein Gelaber. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich aber nicht. So. Das wird nur ein klitzekleines Video. Aber ist was Geiles. Ich bin so gespannt, ey. Das ist wie Weihnachten. Ne, Spaß, aber ohne Witz, ne. Ich habe so lange drauf gewartet, weil da war irgendwie ein Problem, dass die dann nicht das Paket verschickt bekommen haben. Normalerweise dauert das vier bis drei bis vier Tage. Ne, zwei bis vier Tage. Aber das hat jetzt irgendwie zwei Wochen gedauert. Darum freue ich mich ja um so mehr. So, kriege ich das jetzt auf. Ich will einfach dieses Paket aufhaben. Ey. Das ist das Schlimmste. Äh. Beim Geschenke öffnen. Oder Geschenk. Beim Paket öffnen. Ist einfach dieses Scheiß Verpackung. So. Mein Gott. Öffne einfach. Danke. So. Mann, Mann, Mann. Boah. Ist ja wirklich krass verpackt. Das hier ist Pappe. Co-Pro Hero 5. Oder Hero 5. Nennt das, was ihr wollt. Ich habe nur auf Spaß Hero immer. Co-Pro Hero 5 Black. Wie ihr hier sehen könnt. Voll geil. Das hat jetzt übelst lang gedauert, das zu schicken. So. Ich labere nicht ganz so lange. Ich spart einfach auf. Wie kriege ich das? Perfekt. Das sehen wir hier auf. Muss hier ziehen. Dann musst du öffnen. Und wieder ein Stück. Das ist hier. Mein Gott. Und hier ist die. Tadah. Cool. Cool, cool. Hier ist das Stück. Stell es mal hier hin. Zack. Und dann gucken wir in der Verpackung. Was hier noch drin ist. Ist sicher den normalen Kremskrams, ne? Ja, Papiere. Nur Schiss, dass alles jetzt rausfällt. Ey, da ist eine Batterie. OMG. Weil ich habe mir nämlich gedacht. Vielleicht ist da keine Batterie. Bestätigt. Da ist eine Batterie. Und dann ist der Kisten leer. Ja, ja. So. Das ist ja das Teil. Hier. Kennt ihr ja alle? Was ist mein Hund? Was ist mein Hund? Ne, ich weiß. Aber. Jo. Sieht euch nice aus. Ich öffne das jetzt. Ich habe schon eine Kamera. Ich habe da eine Action-Kamera gehabt. Und das. Ausbruch. Okay. Oh Junge. Hier sieht es. So sieht es aus. Ohne. Irgendwas. Meine Damen und Herren. Hier ist einfach so ein Filter. Drüber gelegt. Ja. 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 Genau. Ui. So. Boah. Die ist voll klein. Hier die Batterie kann ich mir denken. Oh ja. Boah Junge. Guck mal. Die Batterie. Die nimmt einfach den ganzen Platz. Wenn ihr hier seht. Da ist die Batterie. Da ist der Rest. Die Batterie geht irgendwie bis hier oben hin. Oder so. Krass. Krass. Krass, krass. Ja. Geil Mann. Ich habe mich richtig. Auf die gefreut. Wir fangen jetzt mal die Batterie rein. So. Perfekt. Und dann. Müsse ich gucken. So. Ist die aufgeladet? Ja. Aufgeladet. Aufgeladen. Habt ihr das gehört? Und Low Battery. Okay. Aber. Leute. Ist gerade ausgegangen. Aber ihr seht da ist schon ein Bild auf jeden Fall. Die ist zwar gerade ausge... Nee. Gar nicht. Willkommen. Sonst sag auf welche Sprache. Natürlich. Deutsch. So. Endlich noch. Vieler... Viel langer Zeit. Da funktioniert es. Hi. Cool. Cool, cool. Wir probieren es wieder mal. Leute. GoPro start recording. Keine SD-Karte. Aber man hat einen Beben gehört. Das ist schon mal extremst cool, Leute. Extremst... Kann man es jetzt auch richtig geil, Leute. Das war jetzt cool. Und ihr werdet dann auch ein paar Sachen mal sehen in der Zukunft. Mit der GoPro aufgenommen. Plastik. Fantastik. Finden wir alle geil, Leute. Hier war einfach das hier dabei. Das war das einzigste. Ladekabel. Nicht immer so ein Teil und Papiere. Das war alles, was hier drin war. Nicht viel, aber ich habe schon GoPro Sachen. Von daher ist okay. Dann hoffe ich, dass die Folge euch gefallen hat. Natürlich nicht vergessen, auf meinen Discord-Server zu joinen. Join meinen Discord-Server, Leute. Ist wichtig. Please. Ich brauche Leute auf dem Server. Sonst hoffe ich, die Folge hat euch gefallen oder das Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.